Auf jeden Fall, das zeig ich euch jetzt schon. Nicht, dass wir beim letzten Mal ist, dass ihr nicht filmt, wenn ich rausgeworfen werde. Haben wir doch... Wenn ich... Nein, habt ihr eben nicht. Wir sind immer so spontan. Ja, ich bin dann immer das zweite Mal nochmal rein. Ich bin dann zu euch gegangen und hab gesagt, Jungs, Alter. Das jetzt schon mal wisst man.